Im Jahre 1032 bekam Gräfin Emma Besuch von ihrem Schwager, Herzog Benno von Sachsen. An diesem schönen Morgen ritten die beiden zusammen über die Ländereien der Gräfin. Am Stadtrand trafen sie auch Bürger der Stadt. Wir haben viel zu wenig Weidlamp für unsere Tiere. Ich werde euch so viel Weide schenken, wie ein Mann an einem Tag zurücklegen kann. Benno wurde zornig. Er sollte einmal die Ländereien der Gräfin erben. Er hatte Angst, dass Emma zu viel an die Bürger verschenken würde. Ihr solltet die Frist lieber auf eine Stunde verkürzen, Gräfin Emma überhörte es. Mein Schwager, suche du jenen Mann aus, der das Land umgehen soll. Herzog Benno ritt zurück und deutete auf den Krüppel, der ohne fremde Hilfe nicht gehen konnte. Dies soll der Mann sein. Ich werde ab und zu einen Pfahl in den Boden schlagen, um die Strecke zu markieren. Und so geschah es. Die Dorfbewohner waren schon traurig abgezogen. So ein Krüppel würde nicht viel schaffen. Doch der Krüppel koch und koch, ohne Rast und Ruhe, geförgt von dem Diener, der hin und wieder einen Pfahl in den Boden stieß. Als die Sonne sank und die Nacht kam, gelangte er wieder bei der Stadt an. Als die Bürger wieder erschienen, erblickten sie Pfähle, soweit das Auge reichte. Genug Weide für das Vieh der Bremer Bürger. Seit damals, dem Jahr 1032, gehört die Bürgerweide der Stadt Bremen. Den Krüppel und die Gräfin Emma haben die Bremer Bürger bis heute nicht vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020